Chalvea kocht heute Baiser. Baiser-Masse, aus denen ich später Marenken mache, besteht im Wesentlichen aus Eiweiß und Zucker. Meistens im Verhältnis zwei Teile Zucker zu einem Teil Eiweiß. Hier rühre ich das Ganze im Wasserbad auf bei 50 Grad. Wenn es sich gelöst hat, fühlt man das zwischen den Fingern. Der Zucker muss ganz aufgelöst sein, sonst hat das hinterher Kristalle in den fertigen Massen. Das wird aufgeschlagen. Das kann schon mal gute zehn Minuten dauern. Ich meine wirklich zehn Minuten. Das ist eine lange Sache, aber es lohnt sich. Ich habe nur ein Handrührgerät, mit dem ich Luft einschlage, deswegen dauert das bei mir auch noch mal ein bisschen länger. Wenn es nicht richtig steif wird, einfach noch ein bisschen mehr Zucker dazu, der löst sich dann schon. Man sieht, ob es steif geschlagen ist, wenn da Spitzen stehen bleiben, wenn man den Mixer rauszieht. Damit ich das Ganze trocknen kann, packe ich Backpapier aufs Blech. Ich habe es mit der Spritztülle versucht. Es war eine Riesensauerei. Ich gebe es zu. Ich bin nicht der Profi mit der Spritztülle, wie man hier sieht. Das war, naja, mäßig. Deswegen bin ich irgendwann dazu übergegangen, einfach Kleckse mit einem Teigschaber zu machen, weil ich im Wesentlichen auch nur die Masse getrocknet haben wollte, um sie später weiterzuverwenden. Wie das geht, zeige ich euch in einem anderen Video. Wenn die ganze Masse auf dem Backpapier ist, in schön oder nicht ganz so schön, muss man das vier Stunden bei ungefähr 100 Grad trocknen. Wichtig ist der Löffel, den ihr da links sehen könnt. Das ist nach vier Stunden fertig. Schön hart, schön kross. Kann man aufbrechen. Wunderschöne Luftbläschen und ganz lecker. Guten Appetit!